Der Brooks Ghost 9 ist so etwas, was unsere Testläufer gerne als ein Arbeitstier bezeichnen und das meinen sie durchaus im positiven Sinne. Denn der Brooks Ghost 9 ist einer der Schuhe, die sich am universellsten zum Laufen einsetzen lassen. Er ist sehr, sehr gut gedämpft, bietet ausreichend Flexibilität, aber gleichzeitig ist durch die gesamte Sohlenkonstruktion auch genügend Stabilität da, die die meisten Läufer wünschen. Das heißt, er bietet gute Stabilität gegen diese sogenannte Überpronation, das heißt das übermäßige Einknicken nach innen auf der medialen Seite. Dazu, und das hat Brooks hier deutlich verbessert bei der neuen Version, die Atmungsaktivität des Obermaterials hat sich verbessert, gleichzeitig auch der Sitz hier im vorderen Bereich des Fußes wie auch im Mittelfußbereich. Insofern können wir den Schuh weiterhin empfehlen als einen Schuh für viele Laufkilometer, fast egal auf welchem Untergrund, der Brooks ist nach wie vor ein Allround-Trainingsschuh geblieben. Und wir können ihn auch sehr gut empfehlen für Läufer, die ein etwas höheres Körpergewicht besitzen und damit trotzdem eine sehr komfortable Dämpfung vorfinden.